Zurück bei Dragon Ball Revenge of King Piccolo geht es in Uranaibabas Irrgarten, den wir eigentlich so gar nicht kennen aus der Serie, weiter. Ich meine, wir kennen ja aus der Serie von King Uranaibaba diverse andere Sachen, aber okay. Wenn ich noch zwei schlage, können wir herausfinden, wo der Dragon Ball ist. Der nächste sollte da vorne sein. Okay, das heißt, es müsste also jetzt dieser eine Typie sein, dieser Vampirlord. Nein! Okay, eine Feuerwand. Oha, das hat mich erschreckt. Wenn das trifft, wird es viel zu heiß für mich. Ich muss vorsichtig sein. Da kommt auch nichts raus. Na? Na? Verdammt, falsche Richtung. So. Sehen aus, alle so ein bisschen wie Shaosu. Und weg mit euch. Wieso leben die noch? Okay. Die Energie hätte ich jetzt zwar gebraucht, aber egal. Nein! Ich hätte es gerne gehabt. Und hier. Oh shit. Der ist heiß. Das hat bestimmt weh, Son Goku. Oh mein Gott. Was? Ah, da. Nein! Ah, das ist so ein Fliegender. Und hier rüber. Oh shit. Oh nee. Oh komm, ernsthaft? Jetzt warte ich aber. Hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Wow. Alter, das ist fies. Nein! Oh! Er springt nicht, so wie Skennette. Er ist zu weit. Zu kurz. Oh shit. Ich bräuchte jetzt irgendwas zu essen oder so? Das wäre jetzt nicht schlecht. Und was haben wir hier? Oh verdammt. Eigentlich will ich jetzt irgendwie doch schon gerne nach oben, ne? Oh danke. Oh nein. Oh verdammt. Das war das Ende für mich. Fortfahren. Oh nee, nee, nee. Ähm. Wir machen es jetzt mal so und ähm. Machen ein Kamehameha. Das hatte ich angebend gerade auch vor. Aber irgendwie hat er es nicht ganz so genommen, wie ich es wollte. Oh gut. Machen wir einfach mal. Nix zu essen drin. Na, hier ist jedenfalls ein bisschen Kamehameha. Also Ki drin. Oh, den Hut von Uranaibaba gefunden. Okay, hier nennt er sich Spitzhut. Aber egal. Eine Trophäe mehr. Und jetzt müssen wir wieder runter, ne? Gut. Och nee. So. Habe ich halt einmal ein Leben verloren. Kann man halt manchmal nicht ändern. Halt, warte. Ist da Energie drin oder? Ah nee, sehen wir. Okay. What the... Okay, gut. Hier warten wir. Hier warten. Hier warten. Hier warten. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und runterfallen. Ganz wichtig auch noch. Und hier rüber. Oh, oh. Habe ich sie erwischt? Ne, natürlich nicht. Und... Den habe ich auch nicht erwischt. Ah! Weg mit dir. Jetzt habe ich alle. Okay. Oh nein. Schon wieder die Lava. Oh, oh. 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 Verdammt. So ist es besser. Mit voller Energie lebt es sich bei weitem besser. Und hier wieder rüber. Energie sammeln. Und ich hoffe, diesen Abschnitt haben wir dann geschafft. Ja! Diesen Abschnitt haben wir geschafft. Gucken wir hier alles. Ah, okay. Nein, 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 nein. Hau ab. Hau ab. Ich dachte, wir hätten es jetzt geschafft. Aber nein. Es geht natürlich weiter. Okay. Boah. Geschafft. Ah! Den haben wir auch erledigt. Gut. Oh. Okay, es war eine Abkürzung scheinbar. Oder ein Geheimgang. Ernsthaft? Warum das? Oh, schön. Ach, verdammt. Immer wieder der gleiche Fehler. Essen? Essen da. Ernsthaft? Und dich mache ich auch noch fertig. Wow. Weg, 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 weg. Juhu. Heiß. Hier ist ja nichts weiter. Wir gehen einfach durch. Einfach durchgehen, Leute. Oh, warte mal. Ich kann, glaube ich, hier oben hängen bleiben, weil... Nee, es geht doch nicht weg, aber trotzdem. Es war so klar. Okay. Essen gibt es hier. Das heißt, hier kommen wieder Gegner. Oh, nein. Das war's? So nehme ich den noch mit. Wop, 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 wop. So. Hier hüpfen wir rüber. Warte, Leute. Ich sag euch. Das Level geht echt schon... ...an die Konsistenz oder an die entsprechenden Nerven. Nein. Oh, komm. Und weg mit euch allen. What the hell? Oh, nein. Oh, oh. Komm, jetzt schießt nochmal ihr zwei. Okay, gut. Essen? Nein, aber Kamehameha... Okay. Kamehameha! Und weg mit dir. So, und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Energie für mich übrig hättet, wäre es wirklich... ...super duper spitze. Nein, warum auch? Boah! Weg mit dir. Und du... Und wenn du lieb gewesen wärst, hättest du mir was zu essen gegeben. Okay. Ich kriege halt ein bisschen Kamehameha. Oh, nein. Verdammt, es hat mich erwischt. Es hat mich schon wieder erwischt. So. Okay, den haben wir auch noch platt. Wie konntest du eigentlich überleben? Ich meine, ich hab das Kamehameha in die komplette Gruppe gemacht. Und trotzdem hast du überlebt. Du Schausufa-Schnitt. Der Level ist verdammt riesig. Oh, nein. Baba hatte niemals so einen Palast. Möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. So. Puh. Okay. Also es scheint, es gibt hier sogar noch einen Bosskampf oder sowas. Ne, es gibt hier nochmal so einen Kampf. Super. Ernsthaft? Leck mich, Leute. Leck mich. Leck mich. Okay, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh mein Gott, ey. Was ist denn hier heute los? Wie viele Gegner hier heute sind? Okay. Ganz vorsichtig. Nein, ich hab's nicht geschafft. Komm ich da nochmal hoch? Oh, tschüss. Oh, shit. Oh, shit. Jawoll. Essen, essen, essen. 40 Treffer. Och, schade. Das ist der falsche Weg. Oh, nein. What the f- Alter, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Oh, mein Gott, ey. Hier von diesen Wildschweinen. Okay. Ich kann nur nach oben. Oh, ho, ho, ho. Ihr made it, eh? Ihr no regular kid, are you? But your next opponent won't be so easy, mind you. Hey, Devilman, you're up. Of course. So, want me to take you back to my homeland, kid? To hell? Aha. Devilman. Der Teufelsmann. Du solltest dich geehrt fühlen, gegen einen echten Dämonen zu kämpfen. So, jetzt gib mir ein bisschen hier. Oh, oh. Da ist jemand sauer. Ich werde dir zeigen, wie die Hölle ist. Wow. Und der macht ganz schön Aua. Okay. So, jetzt gib mir. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Hau ihn um. Okay, gut. Damit bin ich ein bisschen ausgewichen. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Oh, komm. Das gibt's nicht. Ich will ihn doch nur da oben erwischen. Okay. Kamehame, haaa! So, komm, gib mir noch mal Energie für Kamehame, haa. Nein. Oh, nein. Dann, jetzt bist du dran. Und weg mit dir, weg mit dir. Oh, nein. Das gibt's doch nicht. Ich brauch nur noch ein paar Schläge. Dann mach ich die platt. So, aufstehen. Komm, gib mir. Und weg da. Kamehame, haaa! Hab ich ihn. Ich hab ihn. Kann nichts mehr machen. Uh. Ja, 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 ja. Hey, da. Huh? Uh. Hi. Ja? Kann ich dich ein Wunsch sagen, Baba? Hm? Was ist das? Ich brauche mehr Raum, wenn ich mich gegen diesen Kind kämpfe. Kannst du dich, wenn wir auf der Trainings-Gruppe kämpfen? Ah, ich verstehe. Also, sicherlich. Mach dich selbst aus! Tja, wer ist dieser geheimnisvolle Kämpfer? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber ihr dürft natürlich nicht spoilern. Aber hier könnt ihr ja so ein paar Andeutungen machen, ne? Und ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschö tschö!